Gian Lorenzo Bernini auch. Giovanni Lorenzo Bernini war einer der bedeutendsten italienischen Bildhauer und Architekten des Barocks. Leben und Werk. Ausgebildet wurde er in der Bildhauerwerkstatt seines Vaters Pietro Bernini. Dieser kam 1606 mit dem Sohn nach Rom, um die Keppella Paulina für Papst Paul V. Borghese zu bauen. Zwischen 1618 und 1625 schuf Bernini für den Kardinal Nepoten Scipione Borghese die berühmten mythologischen Skulpturengruppen. Aeneas und Entscheiß raubt der Proserpina 1621, 22. Apollo und Daphne und David. Sie fallen durch ihre außergewöhnliche Dynamik, Bewegungsrichtung, dramatische Lichtschatteneffekte und erregte Gebärden auf. Heute sind diese Werke in der Villa Borghese in Rom zu sehen. Sein wichtigster Förderer, Papst Urban VIII., betraute den jungen Bernini mit dem Bau des Baldachins über den Petrusgrab im Petersdom. Den Bernini mit der Hilfe Borominis aus der Bronzeverkleidung des Gebälks der Vorhalle des Pantheon anvertichte. Bemerkenswert an seinen architektonischen Arbeiten ist die Mischung aus Skulptur und Architektur, die auch in der Verzückung der heiligen Teresa in der Cathedre Petri oder in der von ihm errichteten Kirche St. Andrea Alquirinale zu beobachten ist. Bernini vollendete 1629 den Palaz Obabaini, schuf unter anderem die Kolonnaden nahm Petersplatz und errichtete den Vierströmebrunnen auf der Piazza Navona. Bernini arbeitete im Laufe seines Lebens für acht Päpste und verließ Rom nicht bis auf eine Ausnahme. Der Sonnenkönig, Ludwig XIV., rief ihn, um Pläne für den Neubau des Louvre in Paris auszuarbeiten. Wenngleich sie nie ausgeführt wurden, hatten sie dennoch nachhaltigen Einfluss auf die europäische profan Baukunst. Bernines großzügiger und dem klassizistischen Barock zuzurechnender Stil blieb allerdings nicht ohne Kritik. So warf ihm Borromini vor, in unorigineller Weise die stilistischen Errungenschaften Michelangelos zu kopieren. Begraben ist Bernini in einem schlichten Grab in der Kirche Santa Maria Maggiore in Rom. Kunsthistorische Einordnung Bernini hatte maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der barocken Skulptur und Architektur in Rom. Bernini zeichnet sich im Gegensatz zu seinem Konkurrenten Borromini ebenfalls ein einflussreicher Architekt der Zeit durch übersichtliche Fassadengestaltung, stärkere Orientierung an den Formen der Renaissance und die Verbindung von Architektur und Skulptur aus. In seiner Tätigkeit als Bildhauer folgte auf eine kurze realistische Phase eine idealistische Phase, in der neben der Bildnis-Treue auch die Erhabenheit in der Darstellung eine große Rolle spielt. Ab diesem Zeitpunkt ist für ihn ein idealistischer, aber sehr dynamischer Stil typisch. Neben Bernini gilt Alessandro Algardi als Bildhauer und Baumeister als Hauptmeister der römischen Barock-Skulptur. Zu den bekannten Schülern Berninis gehörten Ecole Ferrata, Antonio Regi, Domenico Gaidi und Cosimo Fenchelli. Kunstpatronage des Papst Urban VIII. Die Kunstpatronage zwischen Papst Urban VIII. und Gian Lorenzo Bernini ist wohl eine der fruchtbarsten in der frühen Neuzeit. Im 17. Jahrhundert kam es zu einem Niedergang vieler Kleinstaaten Italiens, dadurch änderten sich auch die Strukturen der Patronage. Viele Künstler strebten nach Rom, die Päpste und ihre Neffen waren neben einflussreichen und vermögenden Adligen die wichtigsten Auftraggeber. Als Kardinal Maffeo Barberini 1623 zum Papst gewählt wurde, war der Vatikan sehr reich. Er wandte große Summen auf, damit sich die Kunstschaffenden frei entfalten konnten. Seine Funktion als Oberhaupt der katholischen Kirche. Patriarch einer ambitionierten Familie und absoluter Herrscher des Kirchenstaates verstärkten die Bedeutung seiner Kunstförderung. Die Kunstpatronage von Papst Urban VIII. und seiner Nepoten prägt bis heute das Stadtbild der ewigen Stadt. Bernini lernte ihn noch als Kardinal kennen. Der Prelat erkannte das Talent des jungen Künstlers und gab ihm einen ersten Auftrag. Der Kardinal hatte noch nicht genügend Einfluss, um Bernini den Ruf eines großen Künstlers einzubringen. Als er zum Papst gewählt worden war, sicherte er Bernini Ansinn und Prestige in Rom und ganz Europa. Er achtete darauf, ihn an sich zu binden, um von seinem Ruhm zu profitieren. Ein großer Auftrag brachte nicht nur dem Künstler, sondern auch dessen Portron viel Ehre ein. So schuf Bernini fast nur Werke für die Familie Barberini. Um einen Auftrag als Außenstehender an Bernini geben zu dürfen, bedurfte es einer Genehmigung des Papstes, die nur im Austausch mit nützlichen Gegenleistungen erteilt wurde. Auch Bernini selbst achtete darauf, dass ihm niemand den Platz als erster Künstler im Staat streitig machte. Andere Künstler konnten nur bekannt werden, wenn sie von ihm unterstützt wurden. Die Beziehung zwischen Urban VIII und Bernini gründete sich auf gegenseitiger Hochachtung und Vertrauen. Nach dem Tod Urbans VIII arbeitete Bernini für Innocent X und förderte weiterhin junge Künstler. Werke Skulptur Rom Büste Antonio Coppolast Musa di San Giovanni di Fiorentini, Rom Die Ziege Amaltia mit Jupiter und Faun, Galleria Borgese, Rom Büste Pauls V, Galleria Borgese, Rom Eneas Entscheiß und Ascanius auf der Flucht aus Troja, Galleria Borgese, Rom Verdammte Seele Palazzo de Lemba Shata di Spagna, Rom Raub der Proserpina, Galleria Borgese, Rom Apollo und Daphne, Galleria Borgese, Rom David, Galleria Borgese, Rom H.L. Bibiana, Kirche Santa, Bibiana, Rom H.L. Longinus, Führungspfeiler im Peterstum, Rom Grabmal für Papst Urban VIII, Peterstum Zwei Büsten des Kardinals Scipione Borgese Die Wahrheit, Galleria Borgese, Rom Denkmal für SR Maria Regi, Santa Maria Supra Minerva, Rom Keppella Cornaro mit der Verzückung der Heiligen Teresa Maria della Vittoriel, Rom Zwei Büsten Innozenz X Haupt der Medusa, Mosai Capitolini, Rom Reiterstatue Kaiser Konstantins, Scala Regia, Rom Habakuk und der Engel sowie Daniel in der Löwengrube, Chigi Kapelle Maria dei Popolus, Rom Kathedro Petri, Peterstum Elefant mit Obelisk, ausgeführt von Ecole Ferrata, Piazza della Minerva, Rom Engel mit Dornenkrone und Engel mit Kreuzes in Schrift, San Andrea delle Varte, Rom Büste Gabriele Fonskas, Fonske Kapelle in S. Lorenzo in Lucina, Rom Grabmal für Papst Alexander VII, Peterstum, Rom Sakramenzalter, Peterstum, Rom Bita Lodovica Albertoni, San Francesco Aripa, Rom Büste des Monsignor Petro Montoya, Kirche Santa Maria di Monserrato, Rom Salvatore Mundi, Basilica San Sebastiano Furi Lemura Florenz der HL Laurentius auf dem Rost, Offizien, Florenz Büste der Costanza Bonarelli, Barcellus, Florenz Modena Büste Francesco I Deste, Galleria Estense, Modena Siena Büste Alexander VII, Palazzo Chigi Zontadari, Siena HL Hieronymus und Maria Magdalene, Chigi Kapelle, Kathedrale von Siena Madrid HL Sebastian, Museo Thyssenbornemaisa, Madrid Gekreuzigter Christus, L. Escoriel, Kloster des HL Laurentius London, Neptun und Triton, Victoria and Albert Museum, London Thomas Baker, Victoria and Albert Museum, London Paris Büste des Kardinals Richelieu, Louvre, Paris Versailles Büste Ludwigs XIV, Musee National du Chateau, Versailles Reiterstatue Ludwigs XIV, Musee National du Chateau, Versailles New York Faun mit Coupin, Metropolitan Museum, New York Kind mit Drachen, Getty Museum, New York Büste eines unbekannten Edelmanns, Salander O'Reilly Galleries, New York Architektur Hochaltar Ziborium, Petersdom Tritonenbrunnen, Piazza Barbaini, Rom Bienenbrunnen, Piazza Barbaini, Rom Vierströmebrunnen, Piazza Navona, Rom Palazzo Monte Citorio, Rom San Andrea Alquirinale, Rom Petersplatz mit Kolonnaden Scala Regia, Rom Gemälde und Zeichnungen Kniender Engel, Museum der Bildenden Künste, Leipzig Punkt, 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 Punkt Sonstiges Nach Gian Lorenzo Bernini ist ein Krater auf dem Planeten Merkur benannt Zwei seiner Töchter, Celeste und Angela, lebten bis zu ihrem Tod als Ursulinen im Kloster von Santerufina e. Seconde Zwei seiner Töchter